So, Testpause beendet. Wir wollen weiterreißen. Deine lächerlichen Tests hier. Bis jetzt. Und zwar kommt jetzt 17 von 22. Schnipp schnapp. Was passiert? Dein Laser. Da hole ich mir erst mal die Box weg. Vielleicht mal drauf. Da oben. Ziel erreicht. Fast. Ähm, welchen Sinn hat denn jetzt... Achso, damit geht die Tür da oben auf. Und der Laser fährt wahrscheinlich diese Plattform nach oben. Richtig. Richtig. Ja. Das heißt... Der muss unterbrochen werden. Ohne, in der Zeit muss ich da rauf. Und wie unterbreche ich den? Äh, mitkommt. Indem ich... Nee. So mache. Äh, ja genau. Und dann fällt er gleich da rauf. Das müsste passen. Und ich marschiere hier schon mal hin. Jawoll. Ich denke, du denkst, ich habe deine Überraschung vergessen. Falsch. Nö. Wir gehen direkt darauf zu. Also der... Bei den Gedanken kommen mir die Tränen. Der, der hier die Überraschung vergessen hat, das war... Ich selts. Aber gut, dass du mich nochmal dran erinnerst. Ich bin so gespannt. Oh, Teil 4. Die Überraschung. Was wird es nur sein? Es ist dunkel. Überraschung in 3, 2, 1. Oh. Ich habe gelogen. Überraschung. Oh. Konfetti. Falls es dich glücklicher macht. Sie haben dich als Baby verstoßen. Also glaube ich kaum, dass sie dich sehen wollen würden. Mann, 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 du. Alte. Nuss. So. Was haben wir denn jetzt? Die Räume werden auch immer größer. Äh. Kann der mir hier nicht ein bisschen hilflich sein? Wie geht das? Achso. Ey, ey, ey. Was ist denn das? Achso, natürlich. Ich falle ja natürlich runter, ist klar. Oh, Mann. Ähm. Dann will ich den mal... Ach, der ist sowieso der hinter dem Gitter. Da kann ich gar nichts machen. Dann muss ich ihn hier... Da ich mit dem Laser ja nichts anfangen kann. Irgendwie... Oder geht er ja nicht... Geht das gar nicht? Ansonsten... Was haben wir denn da? Also, den kann ich damit brutzeln. Problem ist jetzt nur... Ach doch. Ich kann ja hier irgendwie... Ey. Den hier. Okay. Allerdings bringt das jetzt nichts, ne? Oder... Ich muss vielleicht erstmal da hinten hin, dass ich... Damit ich ne Box bekomme. Aber ist zu hoch. Hmmm. Hm. Oh, jetzt habe ich ihn hier nur, aber Nein. Nein. Okay, jetzt bin ich mir jetzt schon mal hier, jo. Da schießen, ey. Was war das denn? Das war schon mal nicht gut. Nochmal gucken. Alles klar. Ach so. Wie machen wir das? Die beiden hauen sich gegenseitig weg. Kann ich das verhindern? Ja, das kann ich verhindern, indem ich da mal eine Wand vorstelle. So. Genauestens. Und jetzt wieder nach Hause, Papi. So, dann brauche ich jetzt auch nochmal hier. Kleine Hilfe. Oh, das muss ich wohl schaffen. Jawohl. Ja. Genau. Okay. Erstmal will ich den Scheißer da hinten verbrutzeln. So, der nervt jetzt nicht mehr. Okay, zwei hätten wir da. Ich habe doch hier noch eine. Da ist noch eine. So, die stellen wir jetzt mal geschickt hier rüber. Ich habe ein komisches Gefühl wegen der Überraschung. Sie sollten besser deine Eltern anrufen. Oh nein, bitte nicht. Die Eltern, die sie anrufen möchten, lieben sie nicht. Legen sie auf. Traurig, aber eindrucksvoll. Vielleicht waren sie Mitarbeiter der Telefongesellschaft. Vielleicht. So, was ist jetzt passiert? Ach so. Was ist denn da los? Wieso ist der jetzt... Wo ist denn das jetzt verschoben? Hä? Jetzt ist es wieder okay? Oder war es eben auch okay? Ich glaube, es war eben schon okay. Mal auf den Hobel. Hä? Warum will der mich hier nicht reinlassen? Weil der da nicht... nicht richtig drauf ist. Also. Verrutscht. So, ist besser. Boah, hast da noch Rände gestürzt. Das wäre es ja noch gewesen. So, schnell weiter. Hast du noch was für mich? Hey, wie geht's? Ich hab mich wieder in die alte Nanoboard-Riege eingeschleust, die den Schacht neu aufbaut. Die sind winzig klein, darum... Oh, ich weiß, Jerry. Nein, ich mach grad Pause, Kumpel. Ah! Halte durch, nur noch fünf. Was, Jerry? Du kannst mich deswegen nicht feuern. Jerry, wenn deine Leute nicht so engstirnig wären, würden sie auch einen Nanoboard von meiner Größe akzeptieren. Intolerantes Park. Wir sehen uns vor Gericht wieder. Und du, halte durch, noch fünf. Du kennst doch die alte Formel. Komödie ist Tragödie plus Zeit. Und du hast ewig lange geschlafen. Also ist es sogar ziemlich komisch, wenn du es ausrechnest. Komisch ist nur, eins und zwei, wir sind schon in Level 19 von 22.